was glaubt youtube heute regimen auf der nusknacker das eine million abo special von itzazitv ich hab ihn vergessen deswegen ist ich habe ihn nicht abonniert weil er war inaktiv ich hab ihn deabonniert sorry abi aber jetzt guck ich nicht weiter mit weiteren videos machst lass mal reinschauen und ja werbung warte kurz bla bla ist nicht gesehen so ich bin eben beim essen bitte nicht wundern und wenn die schmerzen tut mir sehr leid ich habe hunger meine tapferen soldaten es tut mir leid aber ich muss für eine weile ins exil ich kann mich erst wieder blicken lassen wenn mein abo special erscheint und dann werde ich ganz youtube einnehmen es ist nuistersch ja jetzt wir haben ein problem Schauen Sie sich das an. Herr Kommandante, unser Anführer als Assi-TV hat seit einem Jahr nicht hochgeladen. Unser Militär ist sehr geschwächt. Amiral, oha. Wenn das so weitergeht mit den Klicks, werden wir nicht mal mehr einen Angriff vom Kuchen-TV standhalten. Soldat, machen Sie sich keine Sorgen. Er wird schon zurückkehren und er wird uns nicht in den Stich lassen. Er ist der Letzte auf YouTube, der uns Hoffnung gibt. Und er weiß ganz genau, was auf dem Spiegel steht. Punkt jetzt durch. Irgendwo da draußen wird er uns schon hören. Na, genau. General, Sie haben Sie auf dem Stempel. Kommandante. Die sind Sie gar nicht auf dem Stempel. Allgültig und in der Nähe. Ja. Allgültig und in der Nähe. Allgültig und in der Nähe. Wie ist das? Wie ist es? Wie wir sehen Sie auf YouTube? YouTube? Ja. Ich weiß, ich kann nicht mehr auf YouTube. Ich weiß nicht, ob Sie eine Sphärze. Ja, ich hab einen Sphärze. Es gibt einen Mann, der Name Azi-Tv, von dem wir die ganze Zeit reden. Das ist der Breitenberg, oder? Breitenberg. Was ist denn, ernst? Na, oder? Ich kenn den nicht, oder? Wer ist? Berkolin. Boah, er war der YouTuber. Bleib zu setzen mit niemandem. Du wusstest nicht meiner, wie er aussah, bis er verschwunden. Er ist verschwunden, oder? Verschwunden schon. Aber warte mal, ich hab ehrlich nicht geguckt, aber alle denken so, dieser Azi-Tv, bla bla, aber das soll der ist also so. Ah, okay, okay. Das ist krass. Es ist krass aufgebaut, ohne Scheiß, der war, das ist krass. Das soll man fühlen. Mora, ist schwer. Ich habe keine Ahnung, aber es wird die einzige Rettung. Diese Neuzeit-Youtuber AnnoStreamer mit deren gezogenen Fresse. Ist dir das nicht mal aufgefallen? Alles passt. Ich merke schon. Mora, er ist die einzige Rettung. Ja, glaube ich auch schon gehört. Wenn dieser Mann kommt, der Rambon im Palace. Was ist das? Habibi. Jetzt frage ich mich noch mal. Was ist das? Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Der krank. Die Leute fragen bei jedem Video in den Kommentaren, wann das eine Million Abos nicht kommt. Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Ja, das ist das. Da Someone derrière sich! Ich kenne mich. Was? Irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwas. Wo keiner nur stecken! du bist ja immer noch in meinem zimmer was sollt du einfach machst du hier noch endlich raus du weißt die leute mich schon lassen ich hab nix gebracht eine million fläche gar nichts meine schaffst du hast deine maske ich gehe meinen dünner weitermachen wo kannst du nun sein ich werde dich finden du steckst du nun wo bist du ich weiß wo du bist ich werde dich finden ich hab dich ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist was ich weiß wo er ist ich weiß wo du bist ich weiß wer du bist ich weiß wer du bist was wommelst du da mal was wommelst du ich werde dich liegen ich werde dich schauern oh no wer bist du denn du lebst ab heute nichts mehr hoch außer das eine millionen aussicht ich mach jetzt auf der schluss so servarecken auswappen 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 leute um ist jetzt kommt noch eine werbung ich wusste es zwar mit einer werbung ist krass so auf 4k der ist krass kommt man fika ja einfach ein ding so breite da haben wir dich endlich du keiner fast was glaubst du wer du bist land keine videos kein face liegt nichts wo ist diese eine million special land du kleiner verfickter wichser halt deine frische du lässt mich nicht wichser hast du verstanden du kleiner bastard krass weißt du was ich mit dir machen werde ich werde dich erfreut doch unser lad werde ich dich lieben weißt du was auf dich aufgesetzt ist auf deinem kopf sind eine million berries und die werde ich mit nach hause nehmen also jungs wir fangen an hey nein der kranke alles klar fangen wir an deine fresse hast du noch irgendwelche roten hab ich den amana rohen ich bin den amana rohen okay jetzt musst du geliebt du kleiner bastard ja hä die haben jetzt das gemacht hier überhaupt diese effekt oder ist es hä hä diga wer seid ihr konnte mich jetzt auch noch ficken wir das hassek hu hat gigant ha 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 Zähne! Wir wollen alles klopfen! Wir wollen alles ruhig, Alter! Ruhig, Junge! Kanky! Der Bitt ist geil! Boah! Der Bitt ist geil! Boah! Sehr geil! Bruder, wir sind seit 10 Stunden unterwegs. Wohin fahren wir denn jetzt? Bruder, ich hab damals meinen Play Button verkauft. Wir fahren jetzt dahin um ihn abzuohlen. Weißt du, was dieser Play Button macht? Er bringt uns zum heiligen Nussknacker. Was? Bruder, warum lacht ihr denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Zum heiligen Nussknacker, Bruder, weißt du warum? Hört doch mal zu! Der Nussknacker nimmt unsere Motivation. Wir müssen ihn zerstören! Ich wüsste! Ja, wir müssen ihn zerstören! Warum lacht ihr? Glaubt mir nicht, ihr werdet sehen! Ihr lacht jetzt, ihr werdet sehen! Das einzig heilige sind deine Nusser! Halt deine Fresse, du kleiner ekelhafter Mann! Stopp, stopp, stopp! Was wollt ihr hier? Ich muss runter mit dem Chef hier! Okay, du geh rein, jetzt mal kommt ihr auf keinen Fall rein! Wieso? Weil ich das sage! Nein, geh jetzt rein, verpiss dich! Und jetzt die kleine! Du brauchst einen zum Käufer! Jungs, ich bin gleich wieder dabei, man! Chill doch mal kurz! Wieso? Ey, Bruder, zieh dir das mal rein! Das ist assi dieser Wichse, der mich damals gefickt hat! Hm! Wow! Siemex ist auch dabei! Eine Million Berry! Bruder, eine Million Berry aus deinem Kopf! Du musst mir eigentlich ne Knarre holen! Ich meinte gerade ernst! Bruder, ich mein Tod ernst! Willst du es durchstehen oder was? Ja, aber woher soll ich ne Knarre bekommen? Ja, Bruder, das ist das Kreuz, Bruder! Wieso? Ja, geh zu Mo! Meinst du den Mo? Ja, der Kletter ist safe! 100 Prozent! Ich weiß nicht, soll ich wirklich gehen? Ja, wenn du willst, die schickst du dir! Bruder, ich zieh wirklich durch! Ja, wenn du willst, kein Ding! Ja, normal, Modrino! Dann ein Ding, komm! Ich zieh direkt durch! Moduzzi! Ich kenne direkt seine Halterung! Ich kenne direkt seine Halterung! Ja, ja, die Kletterung! Ja, ja, die Kletterung! Ey, Digga, warte mal! Schiffst du das! Wer bist du denn? Was willst du denn? Du bist doch Mo, oder? Wer will ich es wissen? Ja, Moreno meinte, du kannst mir ne Waffe klären! Moreno also, ja! Hast du Geld dabei? Ja, natürlich! Komm bitte, Pelle, ein bisschen! Boah! gut! Du bist dumme! Ja, aber mal! Geh zum mal! Du bist! Da! Nie schobst du! Deutsche Karte! Nur ich habe ihn in die Waffe zu tun! Das ist gut! Du bist, Frau. Ja, die haben da pissen. Die sind nur 5.000. Du schuldest mir jetzt 5.000. Okay. Ein richtiger Mulderhaus soll mir keine Pfandflaschen hier echen. Mir zerpiss ich aus meinem Geländer. Das ist ein bloßer Wechsel. Du wirst schon sehen, was ich mit dir machen werde. Aber ohne Scheiß, der YouTube, wenn ACTV so weitermacht zu diesen Konten, also so, es ist ehrlich geil, der ja. Da können wir ehrlich einholen, in YouTube Deutschland wie früher. Und jetzt die YouTube Deutschland scheiße einfach. Unangenehm einfach. Du siehst, heutzutage machen Leute inglese Videos. Das ist cringe. Okay, ich meine jetzt auch ein paar Reaktionen, das ist auch nicht divers, aber... Übers, wo ich meine. Wer bist du und was willst du hier? Du militante, irgendein Nussknacker ist hier. Ah, der Nussknacker. Ja, lass den Jungen rein. So geil. Bewege dich. Schau an, schau an. Du hast ja Eier. Setz dich. Ich wollte nicht mit leeren Händen kommen. Sehr egal. Ich hab dir was mitgebracht. Spannend. Aber denkst du eigentlich, ich bin dumm und ich weiß nichts davon? Wovon? Eine Million Berries auf deinen Kopf. Ja, alles gut. Ich bin wegen was anderem hier. Ich will wieder ins Geschäft einsteigen. Bist du eigentlich schon vegan? Nein. Was warst du da? Warum habt ihr das getan? Was sollte das? Wisst ihr was? Ich will keine Probleme haben. Ich will einfach nur meinen Playbutton. Zum Playbutton. Ach so, du meinst diesen Playbutton hier etwa? Was bringt mir das denn jetzt, wenn ich ihn dir einfach so zurückgebe? Ich, ich geb dir Geld. Ich geb dir eine Million Berries. Eine Million Berries? Das ist ja süß. Das ist allein auf deinen Kopf schon ausgesetzt. Also gib mir einen guten Grund, warum Bronco hier sich jetzt gerade nicht zu Kleinholz verarbeiten. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Das ist krass. Wenn du mich jetzt umbringst, dann wirst du niemals das Puzzle davon von meinem YouTube-Kanal. Ja. Der Holzkopf hat seinen Punkt. Na gut. Dann, nach einem anderen Vorschlag. Wir spielen ein Spiel. Um dein Leben. Und um dein Aspekt. Okay, und was spielen wir? Es ist ganz einfach. Du ziehst deine Karte. Und ich zieh eine Karte. Und die bessere gewinnt. Okay, ich verstehe. Also du bist dabei? Ja. 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 Es war irgendwie Suzuki. Suzuki. Und jetzt du. Was soll das? Scheiß drauf, du hast gewonnen. Ich hab... Ja, ja. Wenn das sagt man so... Ach komm ey, immer diese Werbung im Laden. Das kann doch nicht sein. Ich geb dir das Passwort, ich sag's dir jetzt. Das Passwort. Das Passwort. Das Passwort ist Salty Springs. Das ist Salty, Salty Springs. Guck mal, du um nix. Wow, was passiert jetzt? Wow. Nein. 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 Nein, nein. Nein, nein. Ja! Oder? Digga! Digga, es ist so geil aufgebaut. Es ist so geil, ey. Es ist so geil aufgebaut, du Scheiße. Du hast doch gewonnen! Warum hast du das gemacht? Du hast meinen Ausstrahl gemacht, was soll ich sagen? Digga, ich hasse einfach. Sie ist einfach eingeschlafen. Mein Motor ist an der Hauptbahn nach vorne. Adi.. Oye, oye, oye! Was für den Jaa! Wo? Was für den Jaa! Ich hatte wings zu hoch! Ein Mio. Hey, hey! Indemau, guck dir das an! Teh, oh! Tut, was hat denn? Was auf jetzt? Jetzt sagen wir drei Mal amrenak com und pass auf was passiert. Eins oder zwei? Amrenak! Amrenak! Was? Was? Guck! Du hast doch gelacht, du Hund, guck! Teas ist... Geht dir ganz extra zu sein Das Video hat kein Geld gekostet Es wurde vorgeschlagen ... Untertitelung. BR 2018 Ist es in Deutschland gedreht oder so? Ich glaube nicht. Ich weiß echt nicht. Ich habe dich gefunden. Heiliger Nussknacker. Ich habe dich ein Jahr lang gesucht. Und jetzt bin ich genau vor dir. Du hast mir nicht nur meine Motivation genommen, du hast mir auch nur meine Stimme genommen, der Hund. Aber damit ist heute vorbei. Ab heute beginnt eine neue Ära. Ja, warum? Okay. Ach so. Das war Benzin, Alter. Ich dachte schon kurz, warum macht denn die Wasser, Liga? Okay. 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 Jetzt geht's. Stark. Fuck. Tee, guys. Das ist krank aufgebaut, ey. Ach du Kacke, Liga. So professionell. Ich werde mich jetzt zeigen. Deswegen brauche ich ein bisschen mehr. Lass mir immer so eine Minute Zeit. Alter, Angst jetzt. Alter, Angst. Nein. Jungs, bitte. Eine Minute. Okay. Okay. Nein, du wichser, du hast mich damals gefickt und jetzt fick ich dich. Nein. Jungs, Vemax war Kraft hier, der wollte mich ficken. Wenn du haust, du von mir gehst. Jungs, der war wirklich hier, der wollte mein Kopfgeld. Vemax ist zu Hause, ich bin Fortnite. Ich fick euer Fortnite, der war hier, der wollte mich ficken, Mann. Ich hab noch ein Kopfgeld, Mann. Halt deine Fresse, Mann, ihr seid beide Wichser. Ich bin dir nicht mehr sicher, Mann. Boah, ohne Scheiß, aber die Stimme passt ehrlich gar nicht zu ihnen. Das ist krass, aber ich dachte, der ist so ein Butchi, der ist so mit Bart und so. Respekt, also. Warte, kommt mal dein Gesicht. Komm mit, ich weiß, was mir sicher ist. Mann, wo soll ich denn sicher sein? Ich bin auf eine Insel. Insel? Ja, ich muss mich sicher sein. Komm jetzt mit. Jungs, auf die Warte. Ich weiß nicht, bevor du noch mehr... Bevor ich da hingehe, musst du noch was tun? Was musst du denn noch tun? Ich muss einen Krieg beginnen. Boah, schon wieder einen Krieg. Das war der von ABK. Sing mir bitte diese Lied. Das ist krass. Das ist echt krass. Up to the ceiling, down to the floor. Left to the window, right to the door. Kiss me, Mommy, kiss me, Daddy. I will sing, man. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Was? Hey, 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 hey we can do it! What? Ah, komm. Ja, naeinn! Ach, Digga, Mann, man will einfach kurz unterhalten werden, Digga, auf einmal kommt das, Digga, das kann doch nicht sein, Mann Mann, ja Ach, Digga, Mann Ach, Sie haben mich, Loll Graz Will Nein, Pürra Wo waren Sie so lange? Dafür ist jetzt keine Zeit Wie sieht der Plan aus? Das ist der Plan Wir haben den Gegner im Zingel Wie viel Mann haben wir im Norden? 500.000 Im Süden? 250.000 Okay, wir werden den Plan heute noch machen, die Operation wird heute noch stattfinden Das wird funktionieren, Mannske An Ziel 1,30 Tf, es gibt schlechte Neusten Was ist der Ende schon wieder los, ja? Hören Sie, unsere Armee ist sehr stark geschwächt Wir haben seit über einem Jahr die Militärfahrzeuge gewonnen Was wollen Sie denn? Hören Sie bitte? Hören Sie bitte? Es ist doch nicht weg! Es ist doch nicht weg! Hören Sie bitte? 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 Das ist krank. In other words, you can't touch me knows like I got the ball and it's probably. If you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, count funny dude. I'm gonna touch your mind. I'm gonna touch your mind. I'm gonna touch your mind. Okay... ASIAMI! Heute wird youtube nicht verändert! Sollen revolutionieren! AUS! Eine neue Ehracht begonnen! Ab heute! Langweilige YouTuber wird es nicht mehr geben wenn wir angemacht sind! AUS! Also Männer! Heute ist der Tag der Tage! Die neue Ehracht wird beginnen! AUS! Angräß! Los Männer! Yalalalalala! Da geht's! Halt! 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 Polizisten! Wir haben allgemeine Verkehrskontrolle. Geben Sie mal bitte Ihrem Fahrzeugpapier und Ihren Ausweis. Die Leute sind dran. Ich hab mir einen Kuchen. Du sagst, meine Mannschaft ist zu hohen. Ich muss den Teo. Da. 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 Schön, dass sie da sind, eure Ruhrheit. Digger, das ist Kroos. Auf Madeira! Ah ja, stimmt. Da war irgendwas, sie ist auf Madeira, hab ich gesehen. Moment, das. Du bist auch um. Depends also auf den Blick auf den Punkt. Ja, so. Ja, krass. Jetzt kommt ein krasser Übergang, guck jetzt alles. Also, die Beats kann schon gut sein. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Madi-Rot, tegas. Krank. Da ist da, okay. Das ist kein Problem. Sobald der Cutter mit dem Video fertig ist, dann wird das alles wieder in Ordnung kommen. Der PC ist abgestürzt. Video kann so nicht veröffentlicht werden. Es bleiben alle im Raum, außer die Ziege. Wollt ihr mich schlafen? Ihr habt eine Million Soldaten ausgebildet und habt ein Panzer gekauft, aber habt nur einen Körper organisiert? Anworten Sie mir! Naja, egal. Dann bleibt nur noch eine Frage offen. Wo ist Aryan? Gute Frage, aber nein. Sondern, wer ist so ein Teufel, hat dieses beschissenen Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Ich gehe zurück an die Arbeit und ihr findet heraus, wenn dieses Kopfgeld auf mich aufgesetzt hat, bevor es noch auf 2 Millionen steigt. Nach Haus ist er! Digger krank. Gut, dass Sie da sind, euer Hoheit! Ihr Arbeitszimmer ist bereits hergelegt und wir haben das beste Equipment aus dem Marseinal genommen. Ihre YouTube-Videos werden revolutionär werden. Bitte treten Sie ein. Unfassbar günstiger Laptop. Ja, komm, Laptop. Digger, ich hab seinen gegönnt. Werbung, aber es nervt. Komm. Digger, achten, fast eine Minute, fast eine Werbung. Der ist krank. Komm, weg. Boah. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Geil. So, Jungs, was geht an? Wir kommen zu einem Video und zwar ab. Krass, Digger. Okay, dann kommen wir rein jetzt in unsere Schauspielerrolle. Okay, Jungs, lass uns beginnen. 3, 2, 1. Wollt ihr mich jetzt auch noch ficken? 3, 2, 3. Das ist alles, Gälder. 4, 1. ABK? 5, 2, 1. Jungs, Jungs, Jungs! 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1. 2, 2. 3, 1. 3, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2. 2, 1. 3, 2, 1. Was ist denn jetzt schon wieder los? Unsere Armee ist geschwächt. Unsere Militärfahrzeuge wohnen seit 21 Jahren. Was ist denn der beste Mann? Was ist denn der beste Mann? Ich hab mich verrascht. Warum machst du? Was war das, please? Kleiner, ne? Warte mal gut. Das ist schön da unten. Red immer normal. Das ist krass. Zieh, zieh, zieh. Hahahaha. 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 Ein richtiger Mohen raus. Keiner Pisser. War das 15? Bist du verarschen? Hier sind nur 15.000. Hier sind nur 15.000. Ey, Digga, das ist so geiles Video. Also wenn ich mir der Reaktion gefallen habe, lasst ein Like, ein Abo da. Und, Digga, der Typ ist geil, Digga. Ich hoffe, Digga, Respekt. Aber, Digga, wenn man... Warte mal, ich guck mal bei den Trends etwas. Hier, wir gehen mal Trends. Der ist 5. Das heißt, er war Platz 1. MrBeast ist schon so Platz 1. Da kommt hier Fußball. Und genau, was ist das? Hier schaut's oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber der ist ja Platz 5. Respekt einfach, Digga. Respekt.